So und Willkommen zurück! Ja, ich war schneller! Ich bin der Präsident! Geh nicht! Und ich bin der Papierlieferant, oder? Verzaubern und so? Am Arsch! Ich bringe gleich zur Sicherheit noch ein bisschen mehr Zuckerrohr mit. Mach ich da noch mal meine hässliche Dings von letztes Mal weg hier. Boah, das sah so hässlich aus. Dein hässliches Haus da? Ja, jetzt buch mein ganzes Schiff da wieder weg. Ja, warum packt man nicht? Ich sag nur Feuerzeug. Ne, ich geh nicht aufs Wasser. Dauert länger als wohl. Ne, ich baue mir nicht. Ja, du kommst jetzt vorbei, oder? Aber ich glaube, ich baue mir jetzt erstmal hier so ein... Mal... Ne Boots. Ein Boots. Ein Boot. Ein B-O-O-T. Ja! Oh, der schafft da aus dem Wasser raus. Hast du dich aber jetzt sehr anstrengend wissen. Ja, der ist immer voll langsam. Äh, Boot. Ma... Ma... Boot. Bo-boot. Bo-boot. Boot. 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 Ich glaube, ich baue mir gleich mehr als ein Boot. 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 Jetzt sitzt sie der nass am Arsch. Und los! Ich glaube, es geht mit dem Boot schneller als wenn ich so was verschwimmen. Ja. Sehr viel schneller. Wir haben jetzt seit der 1.3 das auch verneuert, dass du, ähm, mit dem Boot schneller unterwegs bist. Echt? Wiss ich gar nicht. Ja. Ich... Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, also... Wow. Ach. Boah. Ich bin so froh, dass die in der 1.3 jetzt gemacht haben, dass man nicht mehr gegen Seerosenblätter knallen kann und dann das Boot kaputt ist, weil das ist so ätzend. Das wäre mir grad passiert. Heißt, mein Boot wäre jetzt schon 20 Mal kaputt gegangen. Alter, was ist das denn für ein Containerschiff? Oh, nee. Das gibt es jetzt nicht. Paul. Ah, ich war richtig. Mein Schiff sieht cooler aus. Du baust doch gar kein Schiff. Aber ich hab'n Schiff. Ich mein' das mit dem ich grad war. Alter, BTR, was ist das denn Containermann? Aber hast du nicht das Schiff auf unserem Hintergrundbild gesehen? Das hab' ich auch gebaut. Welches Schiff? Mein Schiff? Mein Schiff ist aus unserem Hintergrund. Nein, das hab' ich davor schon lange. Das hab' ich schon vor ner Ewigkeit mal gebaut. In der 1.2 oder so. Da gab's noch nicht mal die verschiedenen... Wo bist du denn, Bernie? Ich bin doch hier. Wo? Oh. Ich weiß bloß nicht, wie man da hochkommt. Ja, ich auch nicht. Auch schon jetzt. Öl? Wie bist du jetzt auch das nicht weiter? Öl? Nein. Fug. Fug. Ich bin doch runtergefahren. Da. Fug. Ey, das ist mein Satz. Fug. Wie lang dauert's jetzt, bis sich die Truhe öffnet und mich am Verhunger hindert. Du kannst euch gar nicht. Nein. Fug. Fug. Oh, ich geh grad unter. Du bist doch hier oben. Ja, ich hab nicht gesehen. Bei mir ist grad iTunes aufgegangen. Ja, ich stelle... Ja, ich stelle... Na, Haubert, lass mal wissen ihr den Rest. Oh ja, stimmt. Ich stelle gerade mein iPhone. Ach ja, und nen Stack Wolle habe ich auch noch. Da darf ich deinen Verzauberungstisch noch zweimal benutzen. Ja. Hey, Bernie, habt ihr unsere Videos geliked? Vielleicht, nein. Das war dein Motor. Alter, das ist doch scheißegal, wer die Videos liked. Tybo ist schon wieder voll likegeil. Ja, ich... Facebook. Facebook hat... Die sind doch gar nicht auf Facebook. Was laberst du? Was laberst du? Facebook-Angewohnheit-Systeme. Ach so, ja. Oh, eine Crew, die kann ich erzählen. Ich baue so viele Bücher Regale, wie du bauen kannst. Bin dabei. Hetz mich echt. Ich will mich nicht dazu, dich doch zu hetzen. Sascha Grammel ist cool. Ja, das ist echt geil. Ich hab noch neun Papier. Wie kommst du so auf jetzt Sascha Grammel? Ja, hackt mich nicht. Ach so, ja stimmt. Oh, Schleichwerbung, entschuldige. Aber ist trotzdem cool. Nein, jetzt ist er nicht mehr cool. Wo er dann so sagt, so... Jetzt komm, lass ich doch runter. Das ist ein ganz normales Seil, wie sie es aus ihrem Schlafzimmer kennt. Stimmt. Aber geil, oder? Äh, was? Das ist jetzt ein ganz normales Seil, wie sie es aus ihrem Schlafzimmer kennt. Kannst du es in alle Ecken so bauen wie hier? Nö. Ich überleg grad, wie ich es am Scherzen baue. Du hast es wieder nicht so? Oh ja, so ist grad so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, dann gucken wir mal hier meine Diamant-Spitz-Hacke. Hau rein! Effizienz 3, Hammerfines. Oh, Level 30, nur Effizienz 3? Ja, lieb. Ich hab Stärke 3. Ach, was bringt Stärke? Ich hab auf Bogen verzaubert. Toll. Jetzt hau ab. Schlag bringt mir mehr. Was, Schlag? Ist das sowas wie Rückstoß, oder? Glaube ich. So ist auch ein Schlag, Paul. Deine Mutter hat auch nicht geschlagen. Die wurde zum Ritter verprügelt. Was, deine Mutter wird zum Ritter verprügelt? Ja, zum Ritter geschlagen. Deine Mutter wird zum Ritter geschlagen. Nurmals falls Frage, Paul, du hast den Download ausgemacht? Ja, hab ich. Da ist einer. Da ist einer. Ich bezweifle gerade. Nur mal so sind es bis bei mir auch wockeln. Scheiß Schiff, warum müssen wir so lang? Äh. Ich hab das Haus von irgendeinem gefunden. Deswegen brauch ich hier. Vöckel, hast du schon deinen geheimen Notausgang gebaut? Nee, mein Internet ist grad total scheiße. Ich krieg's gar nicht auf die Reihe. Ich find hier grad nen geheimen Notausgang. Leitern ins Boden. Ja, also halt, das ist mein Haus. Mit nem Tisten oben dran. Ja, alter, Warnung, find ich's immer zuerst deine Häuser. Alter, jetzt fick dich doch, scheiß iTunes. Scheiß iTunes, Junge. Geht dann auch immer auf. Machst du's auch grad vorne. Fick mich. Nein, aufgegangen, nicht gefickt. Äh, Bernie? Warum bist du nochmal hier? Wieso ist der so ein Lacher und findet immer andere Häuser? Bernie, ich schwör, wenn du was glaubst, jage ich deine Bude in die Luft. Das machst du so oder so, wenn du's kannst. Das geht doch eh nicht. Hehehe. Der helft mich dir. Was? Geht's jetzt? Ja, du hast eh nichts, was dich lohnt würde, auszuklauen, außer die 5 Diamanten, aber... Ich find die was selber fächeln. Wie nix, außer 5 Diamanten. Ah, scheiß, auch 5 Diamanten. Fände ich egal, es dauert 5 Minuten hier, die gibt es dazu. Aber was bringt denn der Pisten eigentlich, das... Ach so. Ja, wenn ich drin bin, ist es zu. Ja, jetzt ist zu. Aber ich... Deshalb hat ich dich gefragt, wegen... Äh, dass man zwei... Schalter... Äh, gleichzeitig ist es. Wusste gar nicht, dass du neues Haus hast. Das ist... Das würde auch erklären, ich bin... Ich bin nur zurückgefahren und dann hab ich im Loch so was leuchtendes... Äh, im Boden so was leuchtendes gesehen. Bin nur ein bisschen von... Ach, ich doch. True. Das ist... Du... Le... Ich... 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 Es... Bitte kann man da nicht draus fallen. Penis. Da kann man rausfallen. Ach ja und im übrigen wenn... Hey wie hat der Hardy die Reling gemacht? Das ist nicht. Weiß ich nicht. Hey Paul, komm mal und ich hab 2 Stecks... Lerner ähm steckholz wo wo weichsteckholz für dich aber geil auch da wo bist du da einen so check check aber geil viermal verzaubern ne ne ich frage mich warum ich so viel voller hab irgendwann bei dir ok ach jetzt weiß ich auch wofür du die wolle brauchst fürs segel oder die ganze wolle brauchst du fürs segel oder ja ich brauche die wolle fürs segel ich bin schon die ganze zeit gewundert für was du so viel wolle brauchst ich glaube ich baue jetzt hier mal dabei zu bis ich hier was weiteres hier baue ey Bernie du sagst aber niemanden anders ne sag ich nicht ich hab's gefunden aber wieder vergessen ne der hat jetzt ein neues haus der hat ein neues haus ich auch da war sie auch nicht überwohnt aber irgendwo wahrscheinlich in meiner nähe also so schnell wie bei mir war und Bernie hat sie ja auch in meiner nähe gefunden boah ich hab grad bisschen angst um mein holst komm du hast nicht mal ein Haus du hast einfach nur ein Loch Alter manchmal springen die Spinnen manchmal springen die Spinnen und diese Redstone vorkommen drunter liegt und da war sie okay okay ich glaube ich komme mal her zu meinem Haus wenn ich Redstone brauche nein wenn ich Redstone brauche den brauchst du eh nicht doch ich brauche den meiner ich bin Redstone Redstone äh das ist mein Redstone der er hat sich hier nicht in Redstone Redstone Pro da kann das gut sein wirklich sich ein du kannst sowieso nichts mit Redstone bauen weil bei dir dein Internet so kacke ist dass sowieso nichts funktionieren wird das ist mein Schatz egal ich hab Redstone ja sobald du irgendeinen Pisten bewegt äh schmiert dein PC auf stürzt zu Minecraft ok holst mich vom Server raus ist mir scheißegal außerdem sobald der irgendwann mal hier hinten kommt ich war auch eine riesige Pistenmaschine direkt neben dein Haus damit du nicht mehr zocken kannst Alter wenn du das machst ich schwirr na das wäre langweilig für die Zuschauer naja was Bernie macht das wahrscheinlich eh langweilig ich schlag dich also nicht in meinem Kopf weil ich das nicht auf die Reihe aber ich kann dich in der realen Welt nein dazu musstest du deine Hand bewegen können da hat er doch da ist die Blut vom Zocken er kann seine Hand nicht bewegen der tut nur so hey Hammer geil wenn man da ist doch tauschen aber ich schenke die größer Taste wenn du das nicht tippt und dann auf dem Gegenstand in dein Inventory klickst dann rutscht der runter in deine das wusstest du noch nicht übrigens falls du das dann auch noch nicht wenn du das nicht wusstest gehe ich davon aus dass du das auch noch nicht weiß wenn du ne Rüstung Shift klickst dann kommt die in dein äh also dann kommt die in dein äh also dann ziehst du die automatisch an das war nochmal Shift die größere Taste ja ja die heißen Shift ja ja das ist wie mit dem Stacken oder das ist auch Shift ja 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 nennen wir es einfach die Pfeil die Pfeil der nach oben zeigt Kaste ja oder ja okay wenn das sagt ich was steht weil es logik nicht ganz so aber okay Alter wie geil gelettert hat schon wieder einen Bogen gedroppt Alter du bist so locker Steine ey bei mir trocken die Steine nenn ich mal cobblestone die Steine den kriegt nach halben Stunde und jetzt werde ich meine